Herzlich willkommen bei der Firma Abacus Assekuranzmakler aus Weiterstadt. Erinnern Sie sich noch an das Märchen vom Aschenputtel? Wie es verzweifelt vor einer Schale Linsen sitzt, die man in die Asche geschüttet hat, mit der Aufgabe, die Linsen herauszulesen? Im Märchen geht es Fenster auf und Tauben kommen hereingeflattert, um in kürzester Zeit die Guten von den Schlechten zu trennen. Fühlen Sie sich auch manchmal wie Aschenputtel, wenn Sie vor der unüberschaubaren Menge an Versicherungsangeboten und Bedingungen sitzen? Ja? Dann rufen Sie uns. Denn wir sind diese kompetenten Helfer, die für Sie die Guten von den Schlechten trennen. Wir freuen uns auf Sie!